Uh, spooky, oh mein Gott. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe euch geht's gut, mir geht's gut und hey und willkommen zu The Joy of Creation. Nach dem Intro! Ich möchte mich nochmal für gestern entschuldigen für die Tonqualität, die war richtig am Arsch. Äh, das lag darin, dass ich, ähm, ich hab ja hier so'n, so USB-Dinger hier an meinem Laptop, ich hab die falsche Eigenstecke gehabt. Sorry dafür. So geht das und so, ne? Oh, ich hab's sogar noch drauf. Ja. Äh, FNAF war nie einer meiner Lieblingshorror-Games, weil ich, äh, richtig Schiss davor hatte. Oh, was ist jetzt los? Ist übrigens Story-Modus, ne? Also... Uh, hello? Uh, what are you doing in our house? Dad! Ist das gleiche okay? Yes, yes, he's okay. Don't worry, you just seem to say. Confused, uh, excuse me, sir, can you tell me your name? Oh, mein Gott, you won't talk, I'm calling the police. You can't just barge into someone's house like this. Are you hurt? Do you need any help? Honey, what's going on? I don't know, the mad family just appears in our house. They've gone from a lot of people, but I don't know, is that a fear or a... Michael! Huh? What? Wo ist das laut? I, uh, my name, it's Michael. I'm Michael. I, uh, you asked me that, but before I, uh, you asked me that before. Daddy, Michael, I never found a sound like you. Excuse me, just what are you doing in our house? Michael, the sun's about to go down. I don't think you should be here. Yeah, I was just saying that. You, uh, you look a little bit roughed up. What happened to you? I, I, I don't know. I can't remember. I'm sorry, but I just, I just don't know. Michael, you get up. After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night. Or at least, why collected his thoughts. After that, Mom put me in bed. I can't remember much about Michael. Okay, we're a child, apparently. Ah, here's the showroom. It's very good. Press X to continue. Press, yeah, good. So, it's, of course, a FNAF game. Hello, 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 Nick. Hey, little lucky, it's me, Michael. And hey, don't say anything back to me, okay? There are monsters around that'll hear you, if you do. Now, don't be scared, okay? Listen to me, and we can defeat those monsters, all right? Okay, so these monsters might look, uh, surreal. And don't look them too long, or you'll feel weird and see creepy things. When you do, turn on your desk lamp, mess your bed, you'll feel safe there. The more you stare at the scary monsters, the worse you'll feel, all right? Uh, all right, all right, all right, um, okay, first things first, uh, Freddy, uh, the fuzzy brown bear. Mine. Uh, he's at the window, Nick. Uh, he'll keep inside. Close your curtains and keep them closed until you hear him leave, or else he'll get inside. Uh, then there's Bonnie, the, uh, ill-tempered, big purple bunny. Uh, keep an eye on your door. He'll be there. Uh, he's not shy at all. Uh, he will knock on the door to let you know he's there. Once he opens the door, shut off the lights as fast as you can, Nicky. He can't see you well in the dark, and he'll leave. Uh, oh, but make sure you're sitting down when you do that, all right? Okay, uh, then there's the chicken. Uh, that was a little bit weird. Uh, check the closets off it. Uh, if she's peeking through, make sure to disable the lights. She doesn't want to be seen, but ignoring her... Okay. Let's go, would I say? Let's go. 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 Toy of Creation, have I already heard a lot of a reason why I play this game. I hate this game, because it's for me the biggest game that it's been. Genau. What I'm going to say... Oh, I have to go, 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 I have to go. What is going to go, I have to go, because of the tone quality of yesterday, I found out, here is a box for USB-Geräte and here is extra a box, also a USB-Box for, yeah, something like a sound card. Let's go. What's going on? Oh. Oh. Es ist franzig, ich weiß es gut. Das war mal live. Hier schlägt. Das schlimm ist einfach, The Joy of Creation ist das beste FNAF-Game. Jetzt verstehe ich es warum, es macht mich wirklich zum Kotzen. Ich höre die ganze irgendeine Fußschritte, so als ob irgendeiner hier ist. Oh! Oh! Wir wagen noch eine Nacht. Was ich nicht verstehe, wenn das Ding da ist, ja, ich kann es doch gar nicht dann anders machen. Eben. Das funktioniert nämlich nicht. Aber wenn einer da ist und einer da, wie soll ich es dann machen? You know? Ich hätte zuhören sollen. Wir können das Licht an- und ausmachen. Das ist super. Ich hätte zuhören sollen. Das Ding ist, ich kann nicht zuhören, wenn ich das Spiel einfach so hasse, weil ich Angst habe. Das funkt nicht. Was ist das für Geräusche? Oh! Sporky, scaring, scavenatons. Das hier. Das hier. Das hier. Verpiss dich, Freddy. Das Ding ist, wenn da das Ding ist, dann mach ich das Licht aus und mach dazu, weil im Dunkeln sieht das Ding uns nicht. So, wie ich es nochmal verstanden habe. Fuck. Aber das ist so schrecklich. Celebrate. Wieso zur Hölle ist ein Puste von diesem Penner? Ich bin alles geebt. Gebe, gebe, gebe. Ge Cut. Vad. Geh. 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 Gott. 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 Was ist das? Okay, jetzt noch mal. Wir machen noch ein Versuch. Ich? Wieso? Warum sprichst du jetzt nicht weiter? Ich hab nichts getan, du sprich nicht weiter. Du Penner. Das Ding ist, wir haben zu oft das Ding hier aufgemacht. Der macht ja einen Sound, wenn er weggeht. Das heißt, wir müssen zuhören. Wenn er das Fenster aufmacht, No-Go, das geht gar nicht fett. Ich will später nicht zu der Fenster essen. Meine Fenster reicht mir. Ich glaube, mein Freund will mich fett machen. Ich wollte gleich. Wo bist du, Bastarde? Was war das? Ich hoffe, es war nichts. Ich hoffe, es war nichts. Ja, wir müssen aber schon langs. Doof, dass man da den Schatten nicht sieht. Jetzt muss das Ding weg sein. Ja. Wir müssen genau hören. Also, die Sounds müssen wir... Ach, das waren Sterne, Mann. Sterne. Mann. Nein, das waren Sterne. Mann. Wir haben ja schon... ... Ich habe ihn nicht verletzt, aber ich habe ihn nicht verletzt. Okay, danke. Okay, das ist gut. Okay, das ist gut. Ah, wir durften ihn nicht anschauen. Da hätte er uns nicht umgebracht. Okay. Okay, wartet. Ich hab's. Freddy, Fenster zu. Also, Gardine vor. Schranktür, Licht aus. Und, ja. Tür, ducken. Und, Foxy, nicht aus. Ich hab's nicht anschauen. Leck mich am Arsch.